Hallo und herzlich willkommen zurück im Seasons Modus in FIFA 15 im Premier Cup im Finale. Leute, wir holen uns das Ding. Premier Cup, los geht's. Real Madrid, Ronaldo und Co. wie immer. Und wir sind im Camp nur zu Gast, also auswärts. Das könnte hart werden. Oh nein. Oh, na was. Marcelo hat ihn. Geht zu Ronaldo. Unten läuft Benzema. In der Mitte. Schön gepasst. Schöner Pass. Schöner Pass. Und Bravo hält ihn. Komm schon. Benzema. 1-0. Real. Wir führen. Es sind aber alle spannend momentan. Die Gegner sind gut. Das macht's sehr interessant. Wobei der ein Ticken Schwäche ist, meiner Meinung nach. Ganz unten wieder Ronaldo. Auf dem Weg zum Tor. Auf dem Weg. Und Bail. Das hätte ich viel besser machen müssen. Und jetzt den langen Pass, der war zu weit. Bail. Schöner Kopfball. Mehr kann man dauernd immer draus machen. Gut gespielt. Schön gemacht. Benzema. Mann, da muss ich viel mehr draus machen. Jetzt langsam soll ich mal eine Chance nutzen zum 2-0. Schön gespielt. Bauer hält ihn schon wieder. Mann, 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 Mann. Ich muss eine nutzen hier. Diesmal machen wir den Eckball ein bisschen anders. 3 Stück in der Mitte. Und da ans Tor ran. Hat nicht geklappt. Unten steht noch einer. Den können wir anspielen. Groß bringt die Flanke. Direkt auf den... Gegenspieler. Schade. Wieder nicht geklappt. Okay, zurück. Und wieder streicht. Das war schön. Das war schön. Ronaldo mach ihn doch. Oh nein. Und dann macht er ihn mit seiner eigentlich ersten Chance. Macht er das 1-1. Das ist seltenst bitter. Das ist super bitter. Zudem ist schon besser. Und dann darüber. Gut gespielt. Ronaldo. Auf dem Weg. Zum Tor. Immer noch Ronaldo. Schön gespielt. Ja. Rodriguez macht ihn. Das war eigentlich viel schwerer, dieses Tor. Und das mach ich dann natürlich. Ja, gar nicht. Und jetzt soll es recht sein. Zumindest gleich, dass ich das gemacht habe. Ich will schon viel, 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 viel höher führen. Und dann dürfte ich nicht mehr ein Tor haben. Gut gespielt. Wirklich gut gespielt. Oh, jetzt wird es richtig bitter. Oh, jetzt wird es richtig bitter. Oh, ist das bitter. Oh, der darf hier kein Auslauch schießen. Oh nein. Oh, 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 oh. Oh, weh. Wirklich. Schlimm. Wenn es immer. Komm, setz dich durch, Junge. Er hat sich zumindest durchgesetzt. Auch wenn nicht ganz perfekt. Aber er hat sich durchgesetzt. Ja, Ronaldo kann das nicht. Was nicht gut ist. Dranbleiben. Ganz oben wieder Ronaldo. 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 Mach ihn. Das Ronaldo macht ihn. 85. Minute. Ronaldo mit dem Führungstreffer. Und sagen 5 zu 2. Es wird fünschön. 3 zu 2 natürlich. 85. Minute. Sieht gut aus. Schön gespielt. Richtig schön gespielt. Und wieder ein Flughafen. Manche, nicht so selten. Jetzt plötzlich schon wieder einer. Ronaldo zieht mal wieder durch. Ben Simmer. Ben Simmer macht es. 4 zu 2. Das dürfte gewesen sein. Und er geht mit dem neuen Lieder auf. Absoluter Standard mittlerweile. Also man darf es noch nicht mehr richtig feiern. Das ärgert mich immer so. Aber ich habe es gewonnen. Ich habe es gewonnen. Ich habe jetzt den zweiten Versuch. War es jetzt. Und zwar haben wir gewonnen. Ich habe einmal den Pokal geholt. Ist das nicht geil? Das ist geil. Also ich habe noch. Ja, bitteschön. 4 zu 1 zählt natürlich dann. 3 tolle Unterschiede automatisch. Freu mich. Geiles Ding. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Wahrscheinlich nochmal Pokalspiele. Weil ich werde nochmal eins durchziehen. Geil und shit. Oh. 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 I need this helplessness. I try to feel like I'm upside down. So I'm gonna turn it all around. Oh. 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 And dear God. Say my song. ... Untertitelung des ZDF, 2020